Der Bodo, der spricht doch mit dem sächsischen Dialekt, da brauche ich einfach nur den Hank raus hängen lassen. Oh, warte mal. Da, da, da brauche ich Hilfe. Wo bin ich? Ich bin bereit. Ich muss mich schon mal in der Rolle versetzen. Den Charakter, ruhig und gelassen, selbstbewusst, erfahren. Genau. Damit die großen Lampen wieder bescheißen können, weil sie über die Karten gucken. Ja, ja, einwandfrei. Karten gucken. Karten gucken. Kapodor. Kapodor. Kapodor, 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 Tiggi-Tills. Was? Red mal was. TEST! Hallo! Gut, jetzt hört ich dich mal mehr als ein Flüstern. FUUUCK! Das höre ich jetzt noch. Okay. Irgendwas Panisches. DAAA! Ich hatte nichts mehr. Tiggi-Toss, BAH! Das blöde ist, ich habe das Skript auch in Sächsisch geschrieben. Jetzt muss ich erst mal lesen, was ich hier hingeschrieben habe. Wenn ihr mich hinschmeißt, bricht mir doch glatt die Lampe dreh ab. Aber natürlich, aber natürlich nisch. Was? Wie wär's mit K... AAH! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, ist das jetzt dein Ernst? AAH! AU, HENDY, FICK DICH! BAH! Ist der Typ schon wieder abgehauen, ohne mich in die Wäsche zu tun? Wie lange soll ich... Ficken. Ich lach. Wie lach soll ich ficken? Findet für Steven ein besseres Gehirn, Mission Impossible Teilphine. Warum so? Du klingst grad wie die Dings, die kriegen Meerschweinchen, wenn du sie so in die Seite quietsch. Die quietschen genauso. Es fällt dir eigentlich ein, mich so hängen zu lassen. Ne, uns so hängen zu lassen. Das ist nicht gut. Das fällt dir eigentlich ein, uns so hängen zu lassen. Ja, das geht. Wo ist meine Punchline, ihr Wichser? Das ist für dich gut so mitten im Video als Outtake. Oh mein Gott ey, was können wir jetzt mal anfangen hier? Super, genau das, so kann man das sehen. Vielleicht hab's noch nie aufgenommen. Nein, Billy! Du wirst zersplittern! An sich gut, aber man hört, dass es dieses, äh, dieses Versuch des Schreis ist. Das ist kein wirklich, ich mein, du kannst jetzt nicht wirklich rumbrillen. Ich kann nicht wirklich rumbrillen, gerade ist es so. Ich, ich will es ja. Nein! Das war doch. Alles klar, ich geh schon mal vor. Weee! Stimmt, Alter. Oh, das klingt gut. Äh, warte, ich helf dir. Äh, wow, meine Aufnahme läuft nicht. Na. Sehr gut. Nein. Ich weiß nicht, ich fühl mich die ganze Zeit so, als müsste ich, als müsste ich irgendwie aufstoßen oder so. So, so. So, so. Ich verlasse mich auf dich, die Hofseite des Hauses im Auge zu behalten, falls sich die Großmutter von Objekar nähert. Du machst das so geil. Tchuuu. Zwölf Sekunden panisch versuche. Mhm. Also, äh, vielleicht, damit es dir, äh... Oh nein, bitte nicht, oh nein, betrieb! Nein! Slow-mo. Ja, dieser Slow-mo schlagen. Besser übertrieben als langweiliger. Verstandeinster. Genau. Verstandeinster. Das ist nicht wie Pumpelduf. Pumpeldufster. Und ich mach Klaus, ich freu mich. Also muss ich einfach A schreien. Ja A nicht unbedingt, aber ist auch ne Möglichkeit. Ah Gottverdammt, ich muss in die Kühe. Ja genau, was? So ein Geier. Ah, ich muss in die Kühe. Als ob der in den Schrank vollkotzt, weißt du? Ne, er hat den Tee übergeben. Oh scheiße, der Tee wollte ich einfach vergessen. Das war ein schöneres. Das kommt in die Haut, ey. Oh scheiße, ich muss in die Kühe. Moment. Das wird schwer. Als ob der sich grad durch den Stimmbruch drücken will. Oh mein Gott. Oh klingt das geil in dieser Octave. Oh scheiße. Das war halt als ob den grad so in der Tee und die Bucks auch sind. Oh, das wird das jetzt. Oh, schön. Na logisch. Wer im hier hinschmeich ist, der bricht mich da drin. Besteht nur einer. Ach. Ich hab's auch erst vor nem zwei Monaten wieder angefangen. Und ja, ich benutze grad mein Tee-Shirt als Hanto. Ähm. Kein Problem. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay. Hey! Ist immer noch Erde? Hallo? Super. Was haltet ihr von Feuer, Wasser, Erde? Das hat mir vor kurzem meine Freundin aus der Nachbarschaft erzählt. Richtig. Fick dich. Aber das passt nicht zu dem, weil es erst so eine zärtliche Stimme ist. Es besteht nur eine 83,5% Chance, dass diese Fahrt mit einem Totalschaden endet. Totalschaden. Das klang jetzt voll darin laut. Totalschaden. Es besteht nur eine 83,5% Chance, dass diese Fahrt mit einem Totalschaden endet. Das hat sich jetzt voll an den erinnert. Einmal ganz tief durchatmen. Er geht wieder. Achso, genau. Geht wieder. Geht wieder. Geht wieder. Geht wieder. Geht wieder. Kriegst du das nicht auch mit der Rundstimme? Geht mir so eine... Irgendwas. Äh, äh, ich muss wieder weg, ich muss wieder in den Schrank, ich muss wieder zurück in den Schrank, damit... Jetzt ist am Tee abgesoffen, okay? Oh mein Gott. Der wird hier zum Truta leider. Objekt K kehrt vielseitiger... Vielseitiger? Ja, der kehrt vielseitiger zurück als üblich. Objekt K... Objekt K ist vielseitiger... vielseitiger als erwartet. Genau. Ansonsten kannst du auch so... Vielleicht irgend so... Äh... Äh... Alter... Was sind das für Raute? Die Tasse war ja vor Fehl. Wenigste Sekunden noch voll. Ja. Der heilige Krieg hat sie in der Szene leer getrunken. Echt? Ja, okay. Aber wer stellt eine benützte Tasse in den Schrank? Er zaubert ja wieder sauber. Sauber zauber! Mit Meister proper! Ich will nicht mehr leben, alter! Ist das neu? Nein, mit per Wolke waschen. Ähm... Warnung! Bitte begeben sich alle in ihre Startlöcher. Dies ist keine Übung. Das ist euer Detlef Dosenfisch. Das ist eine kleine Anspielung. Ich stell mir das vor, es kommt jeder an deinen Raum und du machst so eine Laute. Okay. Dann ab zurück. Das ist ein bisschen zu lange Pause. Warte. Bleib unmuted. Wehe, wenn du redest. Anni! Du musst dich noch richtig hindrehen! Perfekt. Anni, du Luna, dreht deinen scheiß Cock rum! Das war ein Zombie, alles klar. Das klang gerade so, als ob der Tasse die Eier abgezogen wurden, alter! Der hängt, der hängt, wo du mich festhältst, mein Gott! Egal! Ich häng gern hier! Das ist super! Super! Wunderbar! Genau! Ich hab ganze Wege von dir noch Bilder hier, wenn du mal guckst! Ach ja, genau! Ach ja, genau! Ach ja, genau! Ich hab dann mein Handy immer mal wieder leer gemacht! Oder hier! Ich hab dann diese Nasen so! Ich frag mich heute wirklich bei manchen Bildern! Ey, Digga, bei manchen Bildern dachte ich mir auch früher so, du frag, warte! Diese Hackfresse einfach! Aber so richtig! Warte! Ha! Classic! Was willst du denn auszulich abnehmen, wenn du rausgehst? In dem Film nicht! Die diferentes! Und das ist ein bisschen ... Ey, rote Schuhe, du Schuhe, Dicke! Und noch stehlich, Dicke! Super! Mann, ey, dieses Drecksdick. Ne, warte, da war der Finger. Da war der Finger. Au, Tilg, die siebte. Elisa zählt Buchse, danke. Das sieht man doch nicht. Okay. Ich warte, ich hab Zeit. Ich sitz gern hier. Fuckin' satt. Und zwar, wenn ich jetzt so filme, müsstest du den Bezug in die Tütings schmeißen. Perfekt. Erster Versuch, aber ich kann es laufen. Hier hast du nicht 5 Millionen. Und damit werden die Aufnahmen zu Ende. 1 Das ist ein faço. Das ist ein esperoer Bonn. Java